servus leute willkommen zu einem video und heute machen wir Pimp My Ride und das ist das fahrzeug was wir aufbinden werden und ja ich zeige euch mal die Funktion wenn ich noch finden würde oh mein Gott los 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 eh ich schaff's gleich ah jetzt hier wir haben ein Motor es ist eine ganz klare Luxuskarre wie man sieht ne es hat vier Reifen hier sind die Scheinwerfer sind ganz hell genug Radio haben wir alle zwei kein Bock auf strike dann fahren wir mal rein in die Stube das ist ein ganz klassisches Luxusauto was jeder hat aus Louis Vuitton gefühlt und jetzt pippen wir das haben wir mal auf ne bitte woher jetzt ich versuche zu erklären Enos windows so ein Panzer um Scheiß und drauf Bremse Scheiß und drauf es geht um die wichtigen Dinge Fenster ganz klar Limousine die Reifen Luxus das sieht nicht nach Luxus aus brauchen schon Luxus und nicht irgendwelchen Metallen Luxus warum ist das Luxus das das erkenne ich nicht als ja das ist Luxus der Dollar ganz klar in Felgenfarbe Maschallah da stehen wir später halten muss ja 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 dabei noch nicht weil mama später turbo brauchen wir nicht Getriebe mach mal alles dann verkaufen gar keinen Fall hier und jetzt kommt das geilste beschriftung nee das sieht aus wie eine schauspielerin aber halt für andere filme das ist ganz klar wie man sieht krokodil haut farbe das sieht bescheiden aus nee wo ja sehe ich aus die 69 ist weihnachten oder was oder was warum sie es aus dem kuchen keine beschriftung das hier wir können ja eh noch die farbe ändern max ist immer so ein bisschen mein favorit ja ja jetzt ist ja wo merkt man viel redet so machen immer noch mal müssen ja wird nahm easy aber schon die lackierung schild muss schwarz sein scheinwerfer hier alles warum bilden das sieht ein geil aus pink so machen wir lieber nicht kein bock auf dinge so fenster reifen reifen aber lila weiß ich jetzt nicht help low sieht geil aus ich glaube wir werden doch zu 69 in den pflau reifen qualm die crew um nehmen wir einfach das soo turbo bam äh äh reifen reifen verbesserung bam klammer das hier drauf getrieb bam renngetrieb federung wettkampf verkaufen nein lackierung hammer nur schildhammer hammer lichter hammer motor ganz hoch haben sie auch panzerung nimmer weil wir sind ja reich deswegen das frage schon also ich finde das auto ist gelungen wie man sieht wo ich zeig euch nein bodenbeleuchtung ist super panzerung aber was werden das für ein auto wir sehen ja aus wie der größte obdachloser und wir sind nebenbei noch ein haustier deswegen meine damen und herren zeige ich euch jemanden hier so das ist luxus und deswegen so sieht er außerdem von innen aus schön schön weiß lackiert mit so holz und deswegen meine damen und herren former ins casino weil wir müssen eh noch drehen weil ich muss so ampel war grün sieht man ganz klar zeitlimits gibt es jetzt das ist eine g klasse da ist eine g klasse moment das war nicht die beste idee von mir moment da fahren wir einfach weiter im leiter haben wir keinen sprengstoff dabei weil wir sind arm haben zwar eine luxuskarte aber wir können uns und wir gehen ins casino aber wir können uns keine munition leisten so ist halt das leben manchmal kannst du nicht das war schon wieder grün das sind die typischen die ich habe keinen führerschein bei istanbul gemacht weil ich keine ahnung von autofahren kappa ist schon wieder grün das sind diese busse die nie halten ganz klarer pfeifen grün müssen wir auch perfekt parken wir bezahlen einfach ich selber parken wo kommen wir denn dahin mr box hallo können sie mal mach mal du machst das hat er mich krank ja und kiffen dass sie hübschlein die manchen rein so kache ist weg hat er gut gemacht den job es war ich jetzt auch die farbe anders bei mir ja schon entweder ich habe es ein bisschen augen und ich weiß es ehrlich gesagt nicht ich würde sagen ich wissen weiß ich weiß wir werden jetzt das auto ziehen und dann ja also ich mag schon ich spüre schon die ansage von mcf insbesondere von benjamin weil ich habe mir das vorgeschlagen wenn jahre klar kommt 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 ich habe auch mit schützungen aufrecht ich mache einfach das alte das neue und dann kommen wir werden noch wir werden noch hier was holen na schnecke was geht ich habe sie beleidigt ok ja die gesinnte ja ich habe anzug an obwohl er nur für drei euro ja ja man trinkt alles gratis mensch schreibt doch hier wie champagner müssen direkt champagner hat schon nie getrunken ist was von vorn schon krass mensch die sind halt reich natürlich können wenn man die ganze flasche mit feld schütteln ich habe halt kräftig ich habe den kräftigen oberarm weil ich hab das trainiert ein warum man mit auf kommt auch der schweige jünger warum habe ich gratis wer wird gespürt und händler war mit er naa mädels ich kann nicht mehr mittels mittels ich bin es na ist die verheiratet ey das ist ja klar na ja da würde ich sagen das ist ein schade schau leute